In erster Linie muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ganz, ganz wichtig, dass die ganze Fangemeinschaft hinter dem FC Luzern steht, weil das ist ein Match, der vorentscheidend kann sein und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft heute das wieder herbringen wird, was sie auch im Kopp-Final gezeigt hat, wo sie gefeigt hat, wo von Anfang an etwas los war in diesem Stadion in Bern und da erwarte ich heute in Luzern einen solchen Auftritt von der Mannschaft und dann werden wir das Match für uns entscheiden. Sicher ist die Freude das Wichtigste, aber in erster Linie ist natürlich klar, man muss natürlich sicher auch nicht übermütig werden und einfach alles nach vorne rühren, aber gleich, man muss in den Match hineingehen, dass ich wirklich spüre, dass das ganze Volk spürt, dass wir den Match heute gewinnen wollen und die Servette in eine Innenlage treiben und dann bin ich überzeugt, dann packen wir das. Psalm 41 Vielen Dank.